wieder ein neuer song von ergocrit timothy plus dieser andere typ da keine ahnung wie der heißt ich hoffe es wird ein guter song und nicht wieder so ein song wo ich für zehn tage fk gehen muss der letzte song hat mich schon so ein bisschen mitgenommen also muss ich zugeben ich war traurig besser gesagt ich war sehr überrascht nicht traurig aber überrascht traurig und überrascht egal ihr wisst was ich meine so jetzt ein neues song den würde ich sehr gerne mal anhören denn die geschichte zwischen timothy und ergocrit geht ja weiter let's go allein schon dieses werbeplakat das kann man in diesem clip nicht übersehen so Habt ihr auf die Finger Nägel geguckt? Love Und hier Reus Reus Ich frage mich, ob die von Reus Reus gesponsert worden sind Das wäre so meine Frage Ja, malz Hi Nein, nein, nein Nein, nein Warte 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 Das komische ist immer dabei Dass die Russen Die Mafiosis töten Also Russen-Mafiosis töten Die Russen töten die Russen Bei den Amerikanern ist das so Die Amerikaner töten immer die Russen Die hätten lieber hier so ein bisschen anders machen können Um die Amerikaner ein bisschen zu ärgern Die hätten lieber so einen amerikanischen Gangster-Boss getötet Das wäre glaube ich lustiger gewesen Also ich muss eins zugeben Reus 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 kaufen Um das zu besitzen Aber So der Wagen selber Der gefällt mir überhaupt nicht Also ich finde den nicht schön Das war doch auch bestimmt Werbung, oder? Das war doch Werbung Hier Dieses BQ Ich kenne das nicht, aber Werbung Timoti Wie viel Werbung möchtest du in deinem Musikclip haben? Ja Der Junge Der hat jede 20 Sekunden Werbung drin Jede 20 Sekunden Das nennt ich ne Knarre Das nennt ich ne Knarre Ich warte NICE Ich bin Ich bin Schlag Ich bin Ich bin Das ist Ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wow! Hey, der Clip ist sehr stark. Clip ist sehr stark gemacht. Musikalisch ist das so eine Geschmackssache, ist klar, ja? Aber Clip technisch sehr gut gemacht, sehr schöne Qualität, auf jeden Fall. Die Idee dahinter auch sehr gut, ja? Ist auch nichts Neues, aber trotzdem, die haben das sehr gut umgesetzt. Ich finde es okay, ich finde es gut. Wie gesagt, musiktechnisch ist das eine andere Frage, aber sonst ist das okay. Für Unterhaltung ist der Clip in Ordnung. Tschüss. Tschüss! 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 Schuss!